Und weiter geht es mit einer neuen Runde Call of Duty World at War, Freunde. Wir setzen unsere Reise fort und schauen, was für eine Mission uns als nächstes bevorsteht. Wir fangen an. Fühlt sich nicht gut an. Und die Vorräte? Sie kommen. Wann? Sieh einfach den Bügel rauf, Polanski. 14. Mai 1945, ja. Ich weiß gar nicht, an welchem Mai genau die Deutschen kapituliert haben. Ich glaube, das war der 8., oder? Oder der 6. Ich meine aber, dass sie schon kapituliert haben zu diesem Zeitpunkt. Sinnvoller wäre es dann tatsächlich gewesen, von der Reihenfolge her, dass man zuerst noch die russische Kampagne zu Ende spielt. Aber... Nun gut. Was kommt er denn jetzt her? Und mich selbst, weil ich es nicht abflamm? Ein bisschen Granaten-Artillerie hier. Oh! 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 Richtig düster sieht das hier schon wieder aus, ey. Ich bin mal gespannt, in den nächsten Jahren, wenn dann nochmal irgendwie eine verwässerte Engine kommt, so richtig mit dem Schlamm, dass man feststeckt, sich kaum bewegen kann, eine Ausdaueranzeige vielleicht noch bekommt, so richtig immer mehr in Richtung Realismus angesetzt. Einfach Sperrfeuer geben, Freunde. Ich dachte, die können uns nicht sehen, warum werde ich dann trotzdem abgeknallt? Manu. Ja, ich schmeiß jetzt schon Smog. Bitteschön. Los, die können uns nicht sehen, wir sind gut versichert. Wir kommen hierher. Wir kommen hierher. Oh, nein. Wir haben uns die Ecke gedrängt. Wir kommen hierher. Wir kommen hierher. Wir kommen hierher. Oh. 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 Zweimal MP100 Hat er jetzt nachgeladen, oder was? Alter, wie lange braucht der? Okay, wir warten erstmal kurze 10 Sekunden Ich mein gut, okay Kleiner Browning Beständig So, ne Granate kriegst du auch noch Okay, daneben da lang So, ist nochmal Alter, bin ich zu blöd, oder was? Oh ja, ich bin komplett zu blöd Scheiße Oh je, oh je Was tue ich da? Oh, das ist die falsche Höhle Wir gehen hier hoch Zum MG Zum MG, ey, lass mich da hoch Jetzt schmeißt der Granaten rein Jetzt, wo ich hier oben bin, oder was? Ihr seid mir ja wild, ey Der steht einfach da, okay Rucksackladung kann ich benutzen, okay Für was? Um Artillerie zu zerstören Haben die hier Artillerie auf dem Hang? Au Oh Gott, ist das schwer damit zu zählen Ah Machen wir Äh, die waren hier mit, ne? Schmeiß noch rein So, bitte schön Boah, bei dem Ding müssen wir aufpassen Ja Okay Okay Ah, wenn man wüsste, dass Battlefield V noch zwei Jahre mehr Support bekommen würde, ne? Die hätten eine riesen Kampagne machen können mit allen möglichen Fraktionen, Japanern und Russen noch dazu. Scheiß auf Battle Royale und auf Combined Arms und so'n Shit. Und dann noch so schön im Multiplayer-Modus die neuen Fraktionen einführen mit allen Waffen und Fahrzeugen. Das wär's doch, Freunde, das wär's doch. Was ist hier? Das sind so neue, die man mitnehmen kann, oder was? Erledigen Sie den Job! Komm rein! Granate! Wo dein Seiltäter! Kann man Flammeärfer durchgehen? Okay. Wir suchen mal hier los. Wenig Munition. Oh, oh, das ist nicht gut. Ah, dass man über diese kleinen Mauer nicht drüber kommt. MP40, MP... MP100 meine ich, nicht MP40. Ich hab's. Ich hab gern Munition. So, bitteschön. Das ist noch ein bisschen Muni, das ist gut. Ich laufe in mein eigenes Feuer, das ist nicht gut. Oh man. Genau in schwarze. So. Okay, Chef. Wo ist er? Polonski. Was tun wir jetzt? Gehen weiter, Polonski! Gehen wir. Unsere Panzer rücken vor. Konvo sind nicht weit weg. Ja, nice. Sehr schön. Da kommen ja unsere Jungs. Folgendliches Maschinengewehr! Ja, damit wird doch wohl der Panzer fertig werden, oder? Was? Was? Ich wollte schon sagen, irgendwo hab ich wieder einen gehört, der Bansai rufen wollte. Da ist noch einer, da ist noch... Uah, ups. Können wir hier einfach so lang gehen? Hä? Da. Ja, ja, ich seh, wie du mir den Rücken frei hältst, aber gut, ich hab dich ja auch da eben abgeknallt. Es ist nur verständlich, dass du mir nicht den Rücken frei hältst, aber man. Nice. Was war das denn jetzt? Warum schmeißt du eine Granate auf mich? Bist du verrückt? Was soll das? Oh, yo, yo. Okay, ich glaub, die haben wir. Oh Gott, wie viele. Oh, au, 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 au. Alter, da springen die einfach auf den drauf. Leute, was macht ihr da? hier gibt es kein bahn sei diesmal es ist ein es ist es 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 wieder nachladen hier sind sie dann direkt jetzt schmeiße ich einmal keine Granaten das ist ja unfair was haben die denn hier eine fette Panzerabwehrkanone damit haben die bestimmt den Panzerhebenwecker und den Sherman wo kann er her ah wieso sind die noch nicht k.o. wie viel Feuer brauchen die so und keine Munition mehr über uns hier hab ich nicht gesehen wo ist mein Muni ey haben die alle nur Arisakas dabei? was ist denn da los? scheinbar ne? ja dann nehmen wir die halt mit die Typ 990 finde ich nicht so geil hier ich muss auch sagen bei Battlefield 5 ist die nicht so geil wenig Schussfrequenz äh niedrige wenig Magazin schwer damit zu zielen wenig Schaden da gibt es Waffen die um einiges stärker sind alles klar wozu haben wir hier die Mörser? Miller sofort hier rüber oh es geht noch weiter oh es geht noch mal wir nehmen dich hier raus riefen wir ihn auf den Truck wir ziehen ab sie verschwinden? aber uns geht die Munition aus es halb so wild okay sieh mich an halb so wild haben sie das gehört Sarge? wir kriegen erst morgen Nachschub so eine Scheiße wirklich? darauf haben wir schon nach Beleli umgeauft zuerst